Hallo liebe Sabine, dann will ich mal deinen Wunsch zum Ausschnitt erklären. Eigentlich ganz einfach, weil es ein Rackland ist. Hier siehst du ja einen Umschlag, eine rechte, einen Umschlag. Und du möchtest wissen, wie der V-Ausschnitt gearbeitet wird. Die Zunahmen belaufen sich ja für den Arm und für das eigentliche Vorderteil. Einmal hier und einmal hier. Dennoch musst du hier vorne jede zweite, vierte, je nachdem wie schnell du diese Naht haben möchtest. Es lässt sich ja ganz weit nach unten ziehen. Da es eine Jacke ist, habe ich das in jeder zweiten Reihe, wenn ich hier vorne bin, zugenommen. Immer aus der vordersten Masche eine herausgestrickt. Und somit hast du dann den schönen V-Ausschnitt. So kann man das natürlich auch für den Pullover machen. Und beim V-Ausschnitt ist das ja sowieso so gedacht, dass ich Zunahmen machen muss, so dass ich hinten wie vorne alle Maschen gleich auf der Nadel befinde. Es sei denn, mache ich manchmal auch, ich habe meine Brust vorne mehr, dann variiere ich da auch schon mal bis zu zehn Maschen. Das kann man auch ruhig machen. Ihr wisst das ja, ich probiere das immer auf mich selber an und somit ist das dann auch für mich immer maßgeschneidert. Aber dieses ist für alle Größen gleich. Größen entscheiden sich sowieso oftmals erst in der Länge des Radglanz. Nicht unbedingt am Anschlag. Ich sage immer, zu 80 Prozent sind wir obenrum fast alle gleich. Ab einer Schulterbreite, da kommt der Unterschied. Und wenn man in einem Radlern arbeitet, kann man es ja immer nur mit Zunahmen machen. Mache ich das mit einer Rundpasse, so muss ich mir das ausrechnen, wie viele Reihen ich keine Zunahmen gemacht habe. Meistens sind es vier Reihen, ich mache auch schon mal acht Reihen. Je nachdem, was ich für ein Muster habe. und nehme dann in der Runde meine fehlenden Radglanzunahmen, die ja immer acht Maschen sind, dann in einer Rundpasse zu. So, ich zeige euch mal meine Kombi. Ich habe hier ein Atelier und so hängt es bei mir immer. Das ist ein Sommerkleid. Es ist mir leider viel, viel, viel zu klein. Es könnte 36, 38 passen. Also darf das hier ganz gerne auch auf Reisen gehen. Meine Freundin hat dasselbe, nur in einer anderen Farbe. Und sie trägt dieses hier dann auch gerne zu einer Jeans. Sieht mega, mega gut aus. Ich glaube, die Kombi, die da hängt, passt, wackelt und hat Luft. Mein Slogan immer. Guti, das war das. Soll ich euch nochmal mitnehmen? Hängt ihr was Neues? Ich nehme euch gleich mal mit. Ich habe nämlich schon wieder ein Stückchen gestrickt. Ich wollte eigentlich in den Garten. Aber das ist hier pfefferkalt. Ich weiß auch nicht, wie das kann. Gestern war es so schön und vorgestern auch. Ach, wir haben April. Der weiß nicht, was er will. Dann habe ich von meiner Schwester schöne gekochte Eier bekommen. Und sie hatte die alle schön dekoriert mit dieser Statizie. Und da suche ich mir gleich noch ein bisschen mehr. Denn ich bin ja auch immer so ein bisschen kreativ mit meinen Gestecken. Und ich habe da noch ein kleines Herz. Das, was ich machen soll im Auftrag. Und da habe ich schon mal ein bisschen den Anfang. Mal gucken, was ich da so rauszaubern kann. Aber erstmal gibt es noch eine Stunde. Moment, wie spät haben wir das? Viertel vor zehn. Bis Viertel vor elf habe ich jetzt Zeit. Ich mache das immer in Stundentakt. Bin auch schon wieder ein Stückchen weiter hier unten. Habe da schon wieder eine Raute eingreift. Ich muss das andersrum halten. Ich drücke ja von oben nach unten. Es passte auch super, super gut mit meinen Maschen. Ich brauchte nur zwei Maschen wegzunehmen. Also hatte ich damit auch gut gerechnet mit meinen 14 Maschen. Habe da wieder eine Raute eingearbeitet. Die Raute habe ich jetzt offen. Und jetzt gehe ich bei, mache wieder meine 10 Reihen mit den Umschlägen. Da kommt eine Masche abgehoben. Eine rechts gestrickt. Die abgehobene wird drüber gezogen. Zwei Maschen rechts. Zwei Maschen rechts. Dann kommt ein Umschlag. Eine rechts. Ein Umschlag. Zwei Maschen rechts. Und zwei Maschen werden zusammengestrickt. Das ist dann das Muster von den 10. Von den 10 Haien. Hier. Da. Da habe ich das auch gemacht. Und das mache ich jetzt wieder. Dann probiere ich mir das wieder an. Es könnte schon passen. Wie vorne auf meinem Titelbild habt ihr das ja schon gesehen. Wie weit ich bin. Ich muss leider ein ganz bisschen tricksen mit meiner Wolle. Das war ein Restkauf, was ich da gemacht habe. Bei der Lydia. Ich war ja eine Woche stricken am Schliersee. Nicht nur bei mir kann man Urlaub machen. Stricken am Schliersee war mega, mega schön. Habe auch schon wieder gebucht. Für nächstes Jahr. So. Dann überlege ich, ob ich dieses Muster, ob ich das genauso. Moment. Kann ich das jetzt gut halten? Kann ich das auch drehen jetzt? Ne. Da könnt ihr nicht viel sehen. Ich bin nur am überlegen, ob ich jetzt den Ärmel im ganzen Gelb mache und dann halt einfach nur, wie die Wolle reicht. Oder ob ich auch, ach da könnt ihr es doch sehen. Oder ob ich doch auch den Farbwechsel nehme, wie an mein Vorder- bzw. Rückenteil. Das muss ich mir nur überlegen. Hoffentlich kommt ihr. Meistens ist es so, wenn ich dann hier unten fertig bin, dann ist die Überlegung komplett. Dann kann ich auch sehen, wie vegan ich noch habe oder wie viel Wolle ich noch habe. Und hier vorne an meinem Halsausschnitt, da möchte ich unbedingt noch wieder den gelben Mais tun oder Senf tun. Und ich, ich, ist nicht knallengelb, ist so ein orange-gelb, also wie die Strickqueen da von der Lieben ihrem Gott. Upsi-dups, das wackelt jetzt ein bisschen. Tut mir leid, aber das ist dann mal so, ne. Ist das nicht schön? Ich finde das sehr schön. So, jetzt aber schönen strickigen Dienstag. Ich kann nicht im Garten. Und das ist auch gut. Ich drücke auf Stopp. Und wenn was ist, gerne melden. Bitte, denn, Eure Bärbel, ich muss zum Knopf. Oh Gott, ich habe echt gewackelt. Aber, was soll's. Ist wie es ist. Et kümpt wie et kümpt. Läuft noch. Läuft noch. Läuft noch. Vielen Dank.